Musik Wenn wir in die Stadt reinfahren, dann ist so ein Rucksack natürlich einfach ein Muss. Man hat immer so ein Zipper dabei, ein T-Shirt, vielleicht ein bisschen Werkzeug. Musik Es kommt schon hin und wieder vor, dass dann auch mal Kunst an der Wand landet. Musik Die Mimimaus gibt es schon seit zwei Jahren ungefähr. Musik Hier habe ich jetzt gerade meine Kappe drin, kann man auch super als Mützenfach nutzen. Super geräumig, es passt alles rein. Musik Ich fahre jeden Tag ins Büro damit und habe ich schon das ganze Zeug dabei. Musik Ich habe nicht mal ein Handschuhfach, da brauche ich auf jeden Fall eine Tasche. Musik Mein Malbuch ist immer dabei und meine Stifte, jegliche Art und Form habe ich dabei. Ein paar Spraydosen, der ist super robust, kann wirklich jederzeit irgendwo hinpfeffern. Fällt mir schon ganz gut, ich würde vielleicht noch ein bisschen meinen persönlichen Style reinbringen. Vielleicht ein bisschen anmalen. Der trägt sich recht angenehm. Ich mag knallige Farben, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Also ich finde die Umhänge-Taschen einfach auch besser als ein Rucksack. Ich glaube jetzt nicht meine Farbe, aber in Schwarz könnte ich es mir schon ganz gut vorstellen. Musik Passt alles, oder? Absolut, passt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018